Tatsächlich, da ist er, wieder der Phönix, das ist das Weibchen. Jetzt habe ich erst ein Rabenvideo gemacht, das habe ich jetzt... Ja, das ist der Phönix, das Auf und Ab, wie ihr das gesehen. Die letzten Tage habe ich viele Bachstelze und die Amsel am See entlang gesehen, viele Raben, aber ich nehme an mein Telefon nicht mit. Nachher mache ich noch eine Screenaufnahme, um zu zeigen, dass ich auf dem Handy gerade mal über Safari Zugriff auf Facebook habe. Und sonst habe ich auf dem Handy eigentlich keinen Zugriff auf die iCloud und nichts. Ich mache noch das Video, dann habe ich das mal abgespeichert, damit man es sieht. Jetzt ist 8.31, 18.03.2023.